Guten Morgen, meine Lieben. Das heutige Outfit of the Day besteht aus meiner Oversized Lily-Sail-Bluse, dem By-Aline-König-Kardigan, ärmes Kelly-Gürtel in der Farbe Gold und Gold. Meine Reese-Hose, ich glaube, hätte ich die Beige-Boy von By-Aline-König, würde die richtig gut zu diesem Outfit passen und dem ganz viel Karamell- und Beige-Töne reingeben. Dann wieder meine Lens-End-Hausschuhe und schmucktechnisch alles wie immer, bis auf den O-Ring hier vorne. Das ist mein gehämmter neuer O-Ring von Monica Vineda und der ist einfach so schön. Der hat eine richtig tolle Größe für den Alltag. Ich hätte gedacht, der wäre noch ein bisschen größer, aber ich finde, der ist perfekt für den Alltag. Lieb O-Ring deshalb aber noch mit der größeren Variante für mal eine tolle Date Night, Weihnachten oder wie auch immer. Da werde ich nochmal die Sales im Blick behalten. Habt auf jeden Fall eine tolle Woche und dann sehen wir uns morgen Abend.